Oh fuck, Felix, das musst du auf Kamera haben. Hier kommt gerade Max und er ist tatsächlich mit seinem Jaguar XJ22, ein Auto das Millionen kostet, direkt aufgesetzt. Also das hat ordentlich gescheppert. Der schafft das nicht hier hoch. Also da drin sitzen übrigens Max, der Gumball-Gründer und der Rap-Star, der RMV-Star Eve, seine Ehefrau. Steine liegen drauf, Lippe beschädigt. Also wir haben hier jetzt locker 100, 150.000 Euro Schaden am Auto. Wertminderung, alles drum und dran. Ah, Max dreht durch. Ich weiß auch nicht, wie lange wir noch hier filmen dürfen, bis wir eins von den Latz kriegen. Seht ihr das? Das ist von der Konfetti-Kanone, die wir abgeschossen haben. Das hat sich auch reingebrannt. Das hat sich in unsere Steinschlagschutzfolie reingebrannt. Aber das sieht geil aus. Ich will mehr davon. Sogar hier drauf, scheiße. Oh, der hat sich reingebrannt. Janaki.